Großvater, Saru, könnt ihr uns eine von den großen Langhalsgeschichten erzählen? Naja, ich denke ein oder zwei Geschichten hätten wir schon noch drauf. Wer weiß denn, wie die Langhälse zu ihrem Namen gekommen sind? Das ist, äh, weil sie einen so langen Hals haben. Jap, jap, jap. Das weiß doch jeder Nestling. Aber wusstet ihr, dass die Langhälse nicht immer so einen langen Hals hatten? Hatten sie nicht? Es war einmal vor vielen kalten Zeiten, lange bevor wir geschlüpft sind, da hatten die Langhälse einen kurzen Hals. Da waren die Bäume noch klein und sie kamen mühelos an die Baumsterne in den Wipfeln der Bäume heran. Immer wenn die große, helle Scheibe am Himmel war, sangen die Bäume ihr ein Lied. Die große, helle Scheibe mochte die Lieder so sehr, dass sie die Bäume umarmte und zu sich zog, sodass sie ganz lang wurden. So waren sie näher am Himmel, wenn sie ihr Lied für die helle Scheibe sangen. Aber jetzt hingen die Baumsterne so hoch, dass die kurzhalsigen Langhälse nicht mehr an sie rankamen. Das tat der Nachtscheibe so leid, dass sie ihnen helfen wollte. Durch das Licht fühlten sie sich besser. Und so reckten sie ihre Köpfe nach oben, um näher an der Nachtscheibe zu sein. Und während sie das taten, wurden ihre Hälse so lang, dass sie wieder an die Baumsterne herankamen. Die Freundlichkeit der Nachtscheibe half uns, Langhälse zu werden. Tja Kinder, so haben die Langhälse ihre langen Hälse bekommen. Das war eine steinstarke Geschichte, jap, jap, jap. Die Geschichte von den Baumstern hat Spikey hungrig gemacht. Es muss wundervoll sein, wenn man die ganze Zeit über Geschichten erzählt. Es ist eine Ehre, die großen Langhalsgeschichten zu erzählen. Und eine sehr wichtige Aufgabe. Aber viele Langhälse haben ihre Geschichten vergessen. Deshalb musst du zurückkommen und wieder ein Geschichtenerzähler sein. Was? Ich? Nein, nein, das geht nicht. Wir reisen durch das Land und erzählen allen die großen Langhalsgeschichten, so wie früher. Das klingt nicht schlecht, Saro, wirklich. Also willst du wieder ein Geschichtenerzähler werden, Großvater? Natürlich will er. Saro, es tut mir leid. Ich weiß, wie wichtig diese Geschichten sind. Ich war immer gerne ein Geschichtenerzähler, aber es ist schon lange her. Die Dinge haben sich verändert. Was meinst du damit, Großvater? Na ja, mein Platz ist hier im großen Tal. Mit dir und Großmutter und all den anderen. Aber du bist der Geschichtenerzähler. Die Langhälse brauchen dich. Ich brauche dich. Ich kann die Geschichten doch nicht selbst erzählen. Nein, Saro, das geht leider nicht. Die Zeiten des Herumziehens sind für mich vorbei. Dann wendest du dich von uns ab und von unseren Traditionen. Saro, warte doch. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Nein, Saro, warte doch. Großvater, ist alles in Ordnung mit dir? Na ja, ich bin nur traurig wegen Saro. Er ist verletzt und verärgert. Ich wollte ihm wirklich nicht wehtun. Ich hoffte immer, Saro würde eines Tages der Geschichtenerzähler werden. Er kennt alle Geschichten genauso gut wie ich. Warum sagst du es ihm nicht? Ich bin nie dazu gekommen. Und jetzt ist Saro zu verärgert, um mir zuzuhören. Das ist eine traurige Sache. Und ehrlich gesagt, vergesse ich langsam die alten Langhalsgeschichten. Die Langhalsgeschichten dürfen nicht verloren gehen. Ich muss Saro finden. Oh-oh. Saros Fußabdrücke führen ins geheimnisvolle Jenseits. Wer? Wer ist das? Komm raus da. Ich hab keine Angst vor dir. Warum solltest du vor mir Angst haben? Oh, Chomper. Ich dachte, dass... Äh... Was machst du hier? Ich bin dir gefolgt. Und was machst du? Ich folge Saros Fußabdrücken. Ich muss ihn wieder zurückholen. Großvater möchte, dass er der neue Geschichtenerzähler wird. Wow. Du brauchst dringend meine Schnuffelnase. Dann findest du ihn ganz schnell. Ich hab ihn. Schnappen wir ihn uns. Saro ist ein großer Langhals. Wahrscheinlich ist er einfach darauf gesprungen. Äh... Äh... Aber das ist zu hoch für mich. Ich schaff's. Äh... Ich schaff's. Naja, nicht ganz. Vielleicht können uns ja ein paar Steine helfen, darauf zu klettern. Echt schade, dass Cera nicht hier ist. Sie kann Sachen umherschieben wie kein anderer. Äh... Das müsste reichen. Los, versuchen wir es mal. Äh... Ja, es hat geklappt, Littlefoot. Wir beide sind ein gutes Team, Chomper. Ja, find ich auch. Und weiter geht's. Mir nach. Wir wollen das Saro finden. Dein Geruch ist, der geht viel stärker. Ja. 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 Ich weiß nicht, dass du nicht ins große Tal zurückkommen willst. Du musst unbedingt mit meinem Großvater sprechen. Hm. Oh. Hm? Wir haben nichts mehr zu besprechen. Warum bist du sauer auf Littlefuts Großvater? Wenn er nicht mitkommt, um der Geschichtenerzähler zu sein, geraten alle großen Geschichten in Vergessenheit. Aber warum kannst du nicht der Geschichtenerzähler sein? Äh, äh, weil er der Geschichtenerzähler ist. Ich kann das nicht machen. Ich kann nicht. Oh nein! Fallen der Steine! Oh, das noch! Back here! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Wir sitzen in der Falle! Raus mit euch! Schnell! Festhalten! Oh, danke, Saro. Du hast uns gerettet. Ihr hättet mir nicht folgen dürfen. Jetzt blockieren die Felsen den Rückweg ins große Tal. Aber dann kommen wir nicht mehr zurück. Kinder, hat euch euer Großvater schon mal die Geschichte von Langläufer erzählt? Langläufer? Nein, ich glaube nicht. Langläufer war einmal ein großer Langhalsanführer. Aber als er kleiner war, da war er etwa so alt wie ihr, lernte er eine Lektion in Sachen Mut und Tapferkeit. Eines Tages spielten Langläufer und seine kleine Schwester und hatten jede Menge Spaß. Sie hatten sogar so viel Spaß, dass der Wind eifersüchtig wurde. Der Wind blies um Langläufers Schwester herum und wirbelte sie hoch in die Luft. Er entführte sie in eine Windhöhle, weit oben in den Bergen. Langläufer fürchtete sich, dem Wind in die Windhöhle zu folgen. Aber er wusste, dass ihm nichts anderes übrig blieb, wenn er seine Schwester retten wollte. Als Langläufer die Höhle erreichte, traf der Wind mit ihm eine Abmachung. Wenn er in einem Wettlauf bergab den Wind schlagen könnte, dann würde dieser seine Schwester freilassen. Langläufer wusste, das würde gefährlich werden. Aber er musste seine Schwester retten. Niemand hatte bisher den Wind geschlagen. Doch Langläufer fand den Mut, schneller zu laufen als jeder Langhals vor ihm. Weil Langläufer es schaffte, seine Angst zu überwinden, war er in der Lage, den Wind zu besiegen. Der Wind hielt sein Versprechen und brachte Langläufers Schwester aus der Höhle zurück. Aus Langläufer wurde ein großer Anführer. Und immer wenn er tapfer sein musste, erinnerte er sich daran, wie er den Mut hatte, den Wind zu besiegen. Und manchmal, wenn ich Mut brauche, denke auch ich an Langläufer. Wow! Danke für die steinstarke Geschichte, Saru. Ja! Ich fühle mich schon viel besser. Littlefoot! Littlefoot! Großvater? Ja! Ich kann ihn auch hören. Großvater? Großvater! Littlefoot! Littlefoot! Mir dich gefindet! Petri! Was machst du denn hier? Mir sie gefindet! Kommt alle her! Schnell! Hey, wer habt ihr uns gefunden? Ganz einfach, wir sind euren Fußabdrücken bis hierher gefolgt. Und dann haben wir das Steinrutschen gehört. Und wir haben euer Rumjammern gehört. Saru, hör mal, ich wollte etwas mit dir besprechen. Was sollten wir besprechen? Es ist alles gesagt. Nein, nein, Saru, ich denke, du solltest der neue Geschichtenerzähler sein. Ich? Aber ich kann doch die großen Geschichten nicht ohne dich erzählen. Aber uns hast du doch auch eine Geschichte erzählt. Die Geschichte von Langläufer. Wir hatten ganz große Angst. Aber durch deine Geschichte haben wir uns besser gefühlt. Siehst du, Saru, das war ein Moment, in dem eine der großen Geschichten wichtig und lehrreich für die anderen war. Das zeichnet einen guten Geschichtenerzähler aus. Er weiß, wann er für andere wichtig ist. Du glaubst wirklich, dass ich bereit bin, ein Geschichtenerzähler zu sein? Das bist du doch längst. Finde ich auch. Ja, genau. Das hätte ich dir schon viel früher sagen sollen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und ich dachte, Geschichtenerzähler haben immer etwas zu sagen. Vielleicht hast du recht. Ehrlich gesagt, erinnert mich das an eine Geschichte über die erste Geschichtenerzählerin. Ihr Name war Erste Stimme. Eines Tages kam Erste Stimme in eine große Wöhnung. Dann hörte sie ein Raschen. Ein anderer Langhals schnäherte sich der Wöhnung.